Blue Solution präsentiert Die kaufmännische Software in einer neuen Dimension Gemacht für das Handwerk Top Contour Handwerk Die Bürosoftware für den Handwerksprofi Das volle Programm auf einem Stick Einfach, schnell und effektiv Neueste Benutzeroberfläche in Ribbon-Technologie Erfassung von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen direkt auf den Briefbogen Einfache und schnelle Kalkulation Direkte Online-Anbindung aller wichtigen Lieferanten Fertige Textbausteine, gewerkspezifisch Alle Schnittstellen inklusive Mobiles Arbeiten Zukunftssicherheit durch neueste Technik Einfach, schnell und effektiv Die Software in einer neuen Dimension Top Contour Handwerk Die Bürosoftware für den Handwerksprofi Jetzt bestellen oder 60 Tage kostenlos testen Alle Infos auch unter www.topcontourhandwerk.de